Du hast nicht mal die Qualifikation dafür. Digga, ich kann die erstmal kaufen, Alter, weil alles, was ich kann so gut ist, halt zwar scheiße, würde ich gar nicht kaufen. Also, ich muss mich gar nichts werfen. Digga, du hast noch nicht mal genug Geld. Ich will dich doch auch gar nicht kaufen, weil du... Ja, du hast auch nicht genug. Ja, wo willst du das denn wissen? Weiß es, weil... Ich seh's ja jede Runde. Aufs Neue. Aufs Neue. Ja. Ah, nicht nur. Und ja, ich denk materialistisch. Ein Problem damit? Was tust du? Ja, ich denk materialistisch. Hast du ein Problem damit? Jeder dem seine, Alter. Ja, besser so. Ich weiß nur, dass solche Menschen... Ich weiß ja selber. Du kennst dich ja selber. Ey, Shanti. Schmeiß ihn raus. Oh. 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 Ich hab einen Sack gefunden, falls ihr Platten braucht. Oh. Da redet jemand. Ja. Ich hab auch euer Gespräch gehört. Sehr interessant. Ich hab auch zum ersten Mal gehört, dass jemand Plattensack sagt. Plattensack, ja. Gute... Ich bin halt oldschool. Deswegen. Alles gut. Bist du... Bist du hingefallen oder wohl knapp geschossen? Ich, Digga. Vier Mann bei mir. Mach mal den Auftrag da lieber zu Ende. Ich nicht. Ich weiß es nicht. Das war der Strudelkuchen. Nächster Auftrag. Nächster Auftrag, Jungs. Für Dinger. So, Rainer. Low Road. Mein Gott. Ja, ich bin doch am Shop, Junge. Hol mal nicht rum. Schürze. Du lässt uns nicht mal ne Sekunde zum nachdenken überhaupt. Mach den Job. Mach das. Mach das. Und dann erwartest du, dass ich selber irgendwas mache. Ich kenne. Ihr seid verständlich. Der Selfie. Ich bin der Führer. Der Selfie. Der Selfie. Können wir... Können wir Lodi holen, ja. Können wir machen. Ist ja gleich. Hab das schon. Macht das schon. Ich mach den Auftrag. Ja. Find ich gut. Okay. Ich kaufe ein Lodi. Du holst ne Moneybox. Ne, ich hab ne Moneybox. Hol ne Drohne oder so. Ja. Okay. Ich hol ne Moneybox. Ach, hast du schon ne Moneybox? Dann hol ich ne Drohne. Erstmal ne Drohne noch. Hilfe, Jungs. Ja, ja. Hab ich. Oh. Bruder, ich hab Teemates. Sehr gut. Ja, selte mir meine Augen. Haha, Digger. Da ist einer neben mir. Die macht doch ob ihr an. Ich guck ihn an. Oh, Digger. Security. Ah, hallo. Habt ihr schon die Money hingeholt hier irgendwo? Ah, die liegt vorm Job, Digger. Ach da. Okay. Sehr nice. Weil Teemates haben. Weil Teemates haben das nicht. Ne. Brauchen wir die auch nicht. Alter. Alter. Ich hab nämlich mal die Box gebrochen. Security, ja. Ich schwör's dir, der wird uns für die war. Von wo? Von hier unten ist die Größe. Der geht nicht. Security, ja. Verdammt, ist ja mehr Raketen, wir werden dich nicht dabei. Einer noch. Einer Finish. Nur noch drei. Free Break. Hinterpanzer. Tot. Bestätige die Markierung. Ja, machen wir Druck, oder? Ich geh runter, ja. Wieso ist das denn? Aktivität. Glanzgranate geworfen. Er hat ein Lodi geworfen. Da hinten. In dem Container. Wo die Money ist. Schieb weg. Oh mein Gott, ich hab die gefeiert. Einer noch. Wer nicht lässt warten, die müssen ja eh kommen, das Gas kommt ja gleich. Nein, wir müssen die pushen. Ne, die sagen schon Einer noch. Ah, in dem Container da hinten drin. Ich glaub. Ein, zwei Leute. Es sind drei. Digga, wir haben Zonen, die müssen morgen. Deswegen, die müssen eh. Shield Break. Einer Shield Break. Ah, die sind in der Falle da hinten. Digga, sag mal bloß nicht chillen, hier ist da zu viel drinnen. Ich bin geblendet. Aber wir haben das Team gefeiert. Bots. Was? Aber Jungs, der in Lodi liegt ja. Ah. Mhm. Der war mal da. Deswegen lande ich ungern im Security. Das ist halt, das kann passieren, ja. Es kann passieren. Nehmen wir den Auftrag da unten an, den Hamster. Ja, ich mach. Komm, der geht zum Schad. Ist ja ein gutes Gefühl. Marshala nimm ich Lisa. Hallo Lisa. Ich komm schon mal Laura für später, Jungs. Ja. Sehr gut. Ja, dann werde ich mal in die Zone. Selbsturreibe. Ohne Bahn, zack. Hier ist noch ein Plünderungsauftrag, den mach ich auf jeden Fall noch mit. Nein, da oben bei euch ist einer. Ich bin bei den Sinus wieder. Zwei Stück. Ach da, ja. Bei den Containern. Ja komm Jungs, das macht ihr doch, oder? Oh, der ist vor mir. Fuck. Falsch auf die Ohne. Ist geblendet. Einer tot. Aber ist noch einer, ne? Der ist da hinten beim Lodi. Hier vorne. Der komm ich nach hin. Ey, bei mir ist einer. Der hat mich mit Tor unterholen, Sohn. Ich hab ihn. Ja, ich hasse es. Hm, ich glaub auf Control noch einer, oder? Ey, hier vorne. Irgendwo hier. Ich seh ihn nicht. Wollen wir reinpushen? Ah, noch Zug Control rein. Ja, hier kommt. Daumen seh ihn. Wir gehen hoch. Auf dem Dach? Nee. Der blau schnippt hoch, Leute. Ihr müsst jetzt kommen. Ja. Wir sind auf dem Dach gleich. Der ist hier! Hä? Wie fickt der mich? Was hat das für eine Waffe? Der rennt rein. Ist tot. Wo sind die anderen? Wo sind die anderen? Ich behol grad meine Waffe erst mal. Ich bin grad gestorben. Nein, ich bin. Der meint die Gegner. Ich meint die Teammate. Unden. Unten noch zwei. Unten noch zwei. K.O. Nein. Ich bin aber leider auch K.O. Da kommt noch einer. Digga, no way. Er ist bei mir hier in Ecke. Er hat so viel Geld. Trifft Garnicus. Äh, hier. Ich kauf nen Lawrout. Und ne Drohne gleich. Ajo. Mach ich auch. Ich will mich nicht bewegen. Deswegen. Scheiße, auf den Lawrout hier unten liegen. Geh! 44CB-Tater! Kommt! Brauche Aufklärung an meiner Position! Hinter uns zählt. Den müssen wir abaimen. Ja, ok. Musst du die... Also muss ich mal die Sniper machen. Braucht ihr noch irgendwas? Soll ich noch mal ne Muni-Kiste holen? Ja, das war nicht schlecht. Vielleicht aufgehoben. In Dark Meta. Ich war's nicht, ne. Oh, Schussverkauf. Achtung! Drohnen Treifstoff ist knapp. Hier, das ist vorab jetzt. Ja, kommt, kommt. Die sind unten. Achtung! Drohnen Treifstoff ist knapp. Zurück zur Basis. Die sind drauf. Da, bei dem Zelten. Genau, da. Da, der zweite rennt nach links weg. Ist nach links weggerannt. Achtung! In der Luft eine gespawnt. In der Luft eine gespawnt. Feindliche Manöse. Treffer. Der ist auf Dach. Der ist ganz oben. Achtung! Ohne über uns! Vor Angst, vor Ort ist noch einer? Mhm. Ok. Ist tot. Alles klar. Super. Alles klar. also wir haben hier ist noch ein hamser Auftrag und ein Plünderungsauftrag. Jungs, kann einer zum Job laufen, schnell? ganz schnell jetzt. Gohan! Bin da am Job! Ja, ja, ich weiß, ich versuche die Plünderung noch zu holen. Ja, Mann! Kann einer schnell! Ja, mach den Auftrag! Schnell dem Auftrag hinterher, der mit Fickl ist. Bist du unten oder oben? Ach, komm bitte. Akkurat. Hamster, da ist noch Hamster. Ja, der geht aber woanders hin, Bro. Guck mal, der geht zu Headquarters. Lass Headquarters hochpushen. Da landen deine. Lass Headquarters hoch. Warte, wo ist Headquarters? Ja. Hier oben läuft da einer, der orange. Ja, ich seh's. Ich pushe ihn jetzt sofort. Ab ihn. Lass Headquarters hoch und danach gehen wir auf Prison Roof. Warte, komm ich hier nicht hoch, Alter. Ja, geh ich auch nicht. Einer von der Luft. Ach, Einer von der Luft. Warte. Hey, das geht nicht so einfach, wenn die direkt über einem sind. Hit, aber kein Shipbreak. Ja, der hat so einen krassen Spawnschutz. Ich hab den auch angehitet, Alter, wie? Hier oben ist einer. Ich bin hoch jetzt, oder was? Ich bin dabei, ja. Bin hinter dir. Einer ist noch K.O. Hab ihn. Er hilft mir noch, äh, Thomas. Wo? So. Bam. Raus. Team weg. Ah, wer war das? Oh. Alles gut, Bro. Alles gut. Oh. Ja, ey. Wir haben, wir haben Zone. Deswegen tun wir mal einen Gefallen. Und bringt mal hier so die Munition und die Schildplatten, die wir von den Kills von gerade eben hier hin. Sollen wir die nach da hinten bringen? Ja, hab ich gerade gemacht. Ich schau hier auf die Türe. Hier liegt noch eine Gas-Spielstelle. Schild und Eier und Muni hab ich da hinten hingelegt. Warum hier etwas liegen lassen? Weißt du, was ich meine? Hier bei der Leiter müssen wir noch aufpassen. Panzerabwehrmini platziert. Jungs, hier vorne liegt Munition, Eier und Panzerplatten. Einer hat zu mir, was hier im Haus ist was. Ja, es kommt zurück. Ich bin endlich ab. Pass auf, jetzt kann von der SIP-Line alle kommen. Da hat der Treppenaufgang. Müssen wir auch noch aufpassen da hinten. Aber ansonsten... Bruder, ich mach jetzt einen auf Wehrseite, der immer hin- und herläuft. Unter uns Schüsse. Es ist nur Ableckung vielleicht. Treppe ist im Gas. Unter uns, selbst? Ich geh da nicht runter, das wäre verrückt. Wäre verrückt. Ah, ich hab den. Oh, klasse. Oh, klasse. Sie wollen uns runterholen, aber das schaffen wir nicht. Naja, lass mal oben bleiben. Scheiß drauf jetzt. Ich glaub, sie kommen jetzt die Zappen hoch. Deco, ganz schön gefährlich, ne, Alter? Ja. Hat mich auch gut getroffen, ey. Oh, oh, jetzt müssen wir Gas machen. Oh, oh, jetzt müssen wir Gas machen. Einen hab ich schnappt, hier. Da sind zwei direkt unter euch, Jungs. Noch einer noch. Bam. Und noch einer? Ja, 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 ja. Boom. Geil. Geile Runde. Das kickt, Alter. Schöne Runde, man. Ich bin oben stehen geblieben. Ich bin oben stehen geblieben. Ich wusste, dass du bleiben bist da, Alter. Ja, ich hatte ne Maske zum Glück. Die war jetzt echt Gold wert da oben auf dem Dach, ey. Wir haben Gasmaske auf. Ist einfach das wichtigste Teilweise im Spiel, was bewohnt. Auf jeden Fall. Alter, wir haben letztendlich gesehen. Ich glaube, es kann man echt nicht praktisch nicht verblasen, aber nur der scheiß Gasmaske auf. Ja, aber wir haben auch gesehen, was vorher passiert ist vorhin, ne? Ja, aber es kann auch... Es ist der letzte Gegner, okay? Die ballern ein ganzes Magazin auf mich, die Gegner. Digga, ich schwör, Maske auf, Maske an, Maske auf, Maske an. Wegen der scheiß Ton in dich, Digga. Ich hab den trotzdem einen dennoch bekommen, aber... Aber schützt du mein Leben, Digga, ich schwör. Achja, ich muss ja mit einem neuen Team machen, ne? Jo. Aber ich war grad in der Küche, deswegen. Dreckers, Digga. Ein neuer mit dem Team spielen. Genau. Let's go facking, oder? Spaß. Alter, Thomas, die Münster haben wir ja auch heute, aber auch... Ja, haben wir heute schon wieder gemacht. Neue Stück oder sowas, glaub ich, ne? Ja, die gleich kommt die 60.000, ey. Die 600 machen...